Was hab ich nimm mal Pfladenbrot und so, ich mach auf und so weiter, dann komm Salat rein und so weiter, ja? Ich mach bisschen Salat um, dann mach ich Fleisch, dann komm Soße weiß, dann komm Soße rot, dann kommt oben noch schön drauf, schön Pulverrot und feurig Fischzunge und so weiter. Und dann mach ich schön Fettisch und so weiter, mach heiß und dann kriegst du in Hand und dann kannst du Muffel Muffel machen oder was? Döner mit Alice mit Zwiebeln und so, Döner mit Alice mit Salat und Kohl, Döner mit Alice mit Tomate und Speck, ich hau alles drauf, Lachs vorher und Dreck. Döner, 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 Döner Der sagt, dünner Fleisch macht immer schöner Dünner, 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 dünner Meine Frau soll doch nicht traurig sein Döne, 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 Döne oder was? Hohohoho, hohohoho, Hohohohoho, Hohohohohohohohoho! Ein Kunde sagt, dünner, schmeckt nach Quark Ich sag, mal trotzdem 10.000 Mark Tunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatunatun Oh, 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 oh